Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Ikarus mit Kyuzo und Floki. Hallo! Nächste Mission steht an. Death Ray Scan. Keine Ahnung, ob es Wüste ist oder nicht. Sammle von Kenyon. Nehmen wir mal an, könnte Wüste sein. Beim letzten Mal haben wir den Durchgang quasi gemacht und die Wüste entdeckt. Gehen wir mal rein. Könnte warm werden. Achtung, Achtung. Gehen wir hin. 3 Orte. Scan. Feuer frei. Gehen rein. Bin sehr gespannt. Also erstmal dahin laufen, wo der Punkt ist. Der erste auf der Karte. Ja, machen wir. Auf dem Weg bauen wir uns ein paar Sachen wieder, wie immer. Ach. Ja. Ein paar Wölfe auf dem Weg schon legen. Für gutes Fell. Sollte nicht zu schwer werden. Mal gucken, wo ich lande. Was? Wo bin ich denn? Nein! Wir starten direkt in der Wüste. Oha! Hehehe Gut, wo ist die erste Oase? Wasser. ist direkt vor meinen Augen. Oh, schön hier. Warte, warum? Alter, du verkohlst mich. Eck da. Hier guckt ihr an, willst du demnächst auf mir landen oder was? Boah, das war ja fast eine Punktlandung. Ich probiere es zumindest. Ja, dann. Lass mal zum Wasser schon hinlaufen. Ja, lass mal gucken, wo wir kommen, wo wir sind. N6, da ist ja nicht weit. Machen wir eine Markierung. So, falsche Richtung, aber hier unten ist Wasser. Na gut, egal. Na, mal kurz mal ein Fläschchen aufhören. Hast ja eine. Soll ich schon mal zu Hause, dann kann ich das auch mal machen. Vielleicht lass ich dich mal nippen, wenn es knapp wird. Wäre nett von dir. Sehen einen Zug da mal aus. Oh Gott, ich höre da schon Dinge. Guck mal gucken, da wirst du noch nie so gestartet. Und da wirst du noch nicht... Ja, es ist ja... das ist eine stinke hühne von mir ich lese meine 94 ob ich die messer in der hand machen will was ich aber noch nicht so 94 auch erst mal ein boden aber für euch steine durch die man welche wegklopfen hier liegen ein paar hast du nicht nackst schon spitzhacke nein ist nackst gibt ja mal so 30 ich muss mir ja nur selber in spitzhacke ausrüstung hier ist warm ich habe das nicht so gern direkt in der sonne das was am schlimmsten ist stöcker ja habe ich auch also angefangen schon weiter bleiben block schon weg geklopft das sagte ich habe nicht dazu gehalten aber ihr wasser aus dem baum das geht ja nicht so mit so mit zurückdrucken Ich kann ja Stöcker machen aus dem Holz. Blecht. Dann sind die ersten Pfeile nicht so schlimm, weißt du? Hm. Na gut, ich habe jetzt schon ein paar. Ja? Achso. Ja. Aber das ist nur hier eine relativ sinnvolle Fähigkeit. So. Achso, scheiße. Und auch der Held. Achso, Faserfilme. Voll mit Jaguar und Panther. Das ist nicht ihr. Ja. Und dann brauchst du eine halbe Stunde, um dir einen scheißen Bogen zu machen. Eberas. Die wilden. Mit den flätschigen Klingen. Ja, genau. So. Jetzt habe ich aber, glaube ich, genug Fasern. Dann können wir so langsam mal ernst machen. Endlich ready? Ich bin nicht so fertig. Da, was dem Wasser voll. Warte schon die ganze Zeit auf dich. Ja. Nein, tue ich nicht. Oh, da ist ein Elefant. Elefantius. Das ist mal in besseren Ruhe. Ich bin ganz rechts am Canyon. Okay. Ich bin, glaube ich, eher links. Ich mache ein paar Hygiene hier auf. Du bist ganz links. Ich bin ganz rechts. Aufs Messer genommen. Ja, lass ein bisschen zusammenbleiben. Ich komme mal zu dir rüber irgendwie. Ach, da bist du. War eigentlich nur hier der Jaguar vorne hier oder so? Ich bin auch dort entlang. Ja. Geht es in der Mitte? Jaguar? Puma, ja, stimmt. Ecke Puma, hey. 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 Ja, hol du es am besten draus. Ich hole es raus. Ich schmeiße es komplett in den Mixer. Keine Elefanten? Nee, erstmal nicht. Die sind schon ziemlich rammierend. Auch schön hier, so mit Wasserfällen. Das ist auf jeden Fall. Mal schön, andere Landschaft zu sehen. Naja. Besteckt, das Biest. Ein Radar. Jawohl. Schon können wir scannen. Wo sollen wir alles hin? Gott. Ganz schön, der Wege. Alter. Ja, und dann. Kommen wir am besten zum Ersten hin. Scheiße, ist das weit. Oh. Ein bisschen zurück und dann. Ja. Vorm zweiten dann was aufbauen, oder? Oder kann man hier durchs Gebirge laufen? Meinst du, das führt da hinten rum? Weiß ich nicht. Auch nicht. Guck mal mal. Versuchen wir es? Ja, natürlich. Oh Gott, der hat ja sonst auch nie hingeklappt. Gut trinken. Jeder wird schwer. Ist auch nichts, ne? Keine Beeren, kein Köbis, keine Karotten. Nee. Wie gibt es Fleisch oder ein? Fleisch oder Bast? Lagerfeuer ist dann wichtig. Naja. Fleisch beraten können. Na ja, guck mal, hier geht es so. Wie geht es mit einem Meter lang? Wir glauben komplett falsch, ne? Naja, sicher. Ja, normal. Naja, das... Richtig sind. Es geht zwar hier rum, aber... Ach, es geht rum. Okay. Aber das wird uns nicht viel bringen. Und das. Oh! Boom. Booma! Gut. Bist du so aus? Ja, warum kommt gleich der nächste Puma anrund? Ach, was denn los ist denn? Aber wo will der hin? Was hat der vor? Im Auftrag? Hast du? Ja. Wir haben nicht viel Apäne, ne? Und deswegen bist du auf den Flitzen gegangen. Hab ich doch genau gesehen. Ich hab auch nicht. Ich hör was. Schon wieder und wieder? Nee, ne? Bitch, fein. Ach so. Oh, ich bin nicht schlecht. Ich hab schon mal ein paar Fälle. Auf jeden Fall. Blech. Oh, Wildschweintöter. Töte zehn Wildschweine. Oh, nein. Hab ich schon wieder was anrufen. Oh, kommt wieder her. Junge, ist hier was los. Gibt mir gar nichts zum Abbauen. Jetzt müsste der Weg aber frei sein. Und dann haben wir noch ein Messer repariert, ja? Aber wenn wir wollen, könnten wir hier links ein paar Stöcker sammeln. Ist ja ein anderes Gebiet, ne? So. Ach ja, guck mal. Überblick, ja. Vielleicht mal 30 Sekunden durchlaufen. Wie soll das Stöcker brauchen? Oh, Mann. Ja, stimmt. Was soll's? Ohne Ende. Überall ist er. Ja, ja. Na, das ist... Oh, Mann, wie? schön steckern alles das ist der elefant an so kurz war mal so jetzt nicht mehr die sind irgendwie komisch ich habe hier sein kumpel das zebra einen in arsch geprägt und dann wurde der elefant aus ist aber geschützt eine umgebung das macht nicht viel sinn das geht nur einmal im kreis und fertig ist das war doch da hinten was strömung war auf einmal die runtergeschubst das ist nie wieder schuld war da spring ich jetzt aber nicht runter in der seite gilt sie links ein bisschen mehr oxid mit können das ist ein bisschen länger als gedacht wege sind weiter ja die wege sind guter mal ich spiele da mit in den bauern zwölf oder dreißig alles gut da mit den pumas ach doch ja hier könnte es auch hier geht es auch lang tatsächlich glaube ich sogar der richtigere weg die sich nämlich einschlein und dann auf einmal so schnelle laufbewegung macht der user was ich denke da gab mir das an jetzt noch kampfgeräusche jetzt kommen alle warum erstmal das schwein weg machen der elefant chillt doch bestimmt leider der chillt wieder oder ne kann man auch so bezeichnen wenn du den killst dann wird er gar nicht wirklich der elefant der war nicht witzig eine schwein das dumme schwein ich bin von schweinen umzingelt das könnte problematisch werden oh ja das ganz viel da unten ja ja das ganz viel da und da kann ich nicht einfach reinlaufen alles klar ich stelle mal ein bisschen von mich hin aber ich laufe nicht so weit weg dabei ich liege schon lange bei drei schweinen und puma das war mir ein bisschen so üppig auf einmal dann okay die zum henker da sind vier sachen in deiner leiche ja ich weiß die wollen ja was zum armbot haben alle da schießt man ja nicht hin oder die können doch nix hier ganz weit weg ja guck mal oh ein schnippchen ja erstmal hochgestuft dick hm 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 ja gut diese männchen macht die jene der stadt na guck mal jetzt ist so ihr schnippchen ok doch nicht falsch ja herrlich hast du überhaupt schon genug fälle hätten ich habe 19 okay dass man noch ein paar dinge ausnehmen hier bin ich jetzt ja genau deswegen rechten wollten wir so eine kleine base erst mal bauen was gesehen ist kein gefährlich werden das ist noch mal ein bisschen was anderes wenn diese alle hier gegenseitig decken die paris also ich habe jetzt 21 gehen das noch ein paar meter machen die beiden in die hand genommen weil ich jetzt wieder drei ap und auch keine möglichkeit groß aufzubauen ohne was zu essen und mir so ein karpus fressen das holz glaube ich man ich will doch nur weiter kommen jetzt also alle zwei meter ist ja auch ziemlich gefühlt im rudel irgendwas ist so bei jedem stein richtig viel ich weiß nicht mal eine übersicht machen hier ich gehe nach rechts rum weg links ist noch einer hat da gleich level ab durch viel töten ja ich habe tatsächlich auch ein level bekommen als ich da tot rum lag als du die tiere erschossen hast habe ich anscheinend auch punkte bekommen oder wie muss ja das wäre ja mega dann lege ich mich immer irgendwo hin und du kannst das klar machen oh hier ist wasser oder nee ist meine vater morgana wasser macht mir ein bisschen sorge wäre schwer da würde ich schon mal eine schaufel mitnehmen wasser macht mir ein bisschen sorge naja wir bauen uns gleich hier irgendwie wir bauen das immer näher auf wenn ich hoffe da ist irgendwo wasser das wäre schon ganz nice aber gleich und was hat mich warte der elefant war das ich habe mich verjagt und da rangen die elefanten ran die machen nix solange ihm hier keine kumpel in ruhe lässt ach hier ist ein see äh ein fluss was beim punkt ah wir müssen auf die andere seite also wir müssen eh einmal hinten runter laufen ok doch glaube ich einfach gleich verhungern wir sind gleich da beziehungsweise da wo wir die hütte bauen sollten mhm viel länger wird es nix ne die doch oh oh da kommt noch was wo denn da unten ach da unten oh kann ich nicht kann ich nicht ok komm jetzt aber bitte irgendwie level up gemacht gerade ok punkte kommen ganz oft gut critical jetzt verliere ich leben ja kannst du da großfleisch essen heimer könnte ich wahrscheinlich weiß ich nicht geht das wenn die ausprobiert ja geht's aber runter 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 hier runter bitte schluki komm ja 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 was ist denn hier zum wasser ja du brauchst denn du brauchst doch was zu trinken ich brauchst zu essen ein lagerfeuer bauen ein lagerfeuer bauen du willst ja da unten machen ich geh jetzt hier runter ja da oben lang noch die ganzen kantar aber ey die hab ich jetzt hier mitgenommen ja ja du brauchst du rein schon genug auch los das ist ein ein sackiersdick so direkt hier am stein ja ja fremd fern ich fange zu bauen ja das ist ja super steine wird wahrscheinlich beim komischen sandsturm auch schwer anbleiben da auch ein puma vor der tür ich habe kein holz mehr wo man noch da erlegt war noch ein hit mich dort gut das kenne ich er stirbt ich sterbe dir von augen weg da fertig sein das steak da das dauert eine stunde ich essen sein einen schlafsack habe ich jetzt schon mal gebaut ich auch gut ich schlafe hier in der ecke ich will ein eckchen wollte nicht schlafen ans bomben festlegen so ein steak für dich ja danke bestes steak aller zeiten gewesen das war wirklich sehr lecker jetzt keine frage werkbank würde ich kann ich brauche drei steine ja alles paar ressourcen erst mal holen jetzt dass wir dann mal ein paar sachen noch bauen können was sind eigentlich mit dem sturm sieht doch gar nichts ohne schilder geht echt schnell nach oben in dem sturm ja vielleicht doch schon bleibe ich nicht zu lange draußen wenig so viel ap so 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 irgendwann kommen warum nicht so böse wenn es geht das war es hat er schon wieder vergessen was er jetzt von der wollte sie vergessen nicht stimmt die hier schon der lichter natürlich auch immer direkt vor der tür ab dass alle seine kumpels auch jahren zum essen vorbeikommen gern gesehen die kumpels kannst du deinen leder mal hier reinpacken könnte ich auf fasern brauche ich noch um gottes willen drei stück vielleicht nicht was habe ich mir gedacht fasern ist ein bisschen blöd hier sollen wir eine sichel bauen müssen sinnvoll hier so ist dieser sendsturm sind die immer wieder vorbei wie viel hat es ja eingepackt schwäfel habe ich in der tische das war so gibt es weite sauerstoffflasche jetzt da ist noch ein bogen machen aber ich glaube fast dich die langen bogen nein immer gleich da gibt es junge kokosnuss habe ich was war nicht genau wie ich die habe es sich direkt schwefel in das oxid ding machen ja ach zwei langen bogen alles da kein thema dann läuft es doch ist noch eine ausrüstung die noch geht wir haben noch 120 leder ja die sind ganz stinknormale halt ne aber da brauchen wir halt tons auf faser haben wir nicht ja stimmt das kriegen wir auch so leicht jetzt nicht naja knochenpfeile könnte ich nur basteln oh ja gern gucken was da so geht brauchen wir noch knochen für irgendwas jetzt alle weg dürste und mal schnell aber ich glaube nicht naja leder ist gut ist klar was kann ich machen glück wie 100 50 gut das wäre dann auch schon die ausrüstung mit der valus hirschen ja langen bogen knochenpfeile reicht oder ja ich habe jetzt auch diesen besseren anzug ich halte sowieso ein bisschen mehr aus habe ich gemerkt weil ich auch schon zweimal gestorben habe ich das gefühl schon gewundert weil die zwei schweine hat mich ruckzuck weggemacht ja also ich habe ja plus zehn physischen widerstand durch den schon ein bisschen zu lohnen so ja dann würde ich sagen gute nacht und los geht's gute nacht und los geht's gute nacht und los geht's dann auch schon sagt da liegt ja schon ja klar schon und im bett gut nix länger ist mein ich darf ok ja gut dann freue ich mich auch mal hin ah ja warte wir halten ein schläfchen und machen dann schon mal schluss für die erste folge angekommen in der wüste schauen wir beim nächsten mal was wir hier noch so alles machen müssen danke fürs zusehen bis zur nächsten runde ikarus macht's gut bis denn tschüss ciao